Ja, heute fliegt man den bösen Jets zum Stopping nach Amerika. Man tritt sich seine Muskeln hoch mit Schmerz und Anabolika. Was einmal streng verboten war, zeigt im TV wie Erika. Was früher einst unmöglich war, ist heute längst normal und klar. So ändern sich die Zeit und so ändern sich die Leute. Gestern war gestern und heute ist heut. So war es früher und ist es heut nicht mehr. Einen fällt leichter und den anderen fällt schwer. So ändern sich die Zeit und so ändern sich die Leute. Gestern war gestern und heute ist heut. So war es früher und ist es heut nicht mehr. Einen fällt es leichter und den anderen fällt schwer. Ja, heute hat jeder ganz gewiss die Volksmusik in seinem Ohr. Eine oder andere steht dies und das nicht anderswo. Die Robbvita spielt Borgschen, die steirische Vitalika. Was früher einst unmöglich war, ist heute längst normal und klar. So ändern sich die Zeit und so ändern sich die Leute. Gestern war gestern und ist es heut nicht mehr. Einen wird es leichter und den anderen fällt schwer. So ändern sich die Zeit und so ändern sich die Leute. Gestern war gestern und heute ist heut. So war es früher und ist es heut nicht mehr. Einen fällt leichter und den anderen fällt schwer. So ändern sich die Zeit und so ändern sich die Leute. Einen fällt leichter und den anderen fällt schwer.